Mit dieser letzten Botschaft werden die Quälen ein Ende haben. Aber dein Blut wird beeindruckt und markiert sein für den Rest deines Lebens. Wir haben über die Milz gesprochen, die die roten und weißen Blutkörperchen verarbeitet. Es gibt auch viele Blockaden in uns, die entfernt werden müssen und wir müssen sehr auf unsere Milz achten. Aber was über all die physischen Organe in uns regiert, das ist der Geist Gottes. Und es ist egal, wie du versuchst, die physischen Dinge zu betrachten, du kannst dir nicht wirklich selbst erfolgreich helfen. Du kannst Pillen schlucken, bis du blau im Gesicht bist, aber das wird nicht wirklich helfen. Diese Pillen können für dich ein Götze werden. Auch ein Arzt kann ein Götze werden. Medizin und Wissenschaft kann ein Götze werden. Solange bis du selbst ein Götze wirst, weil du nur noch dir Aufmerksamkeit widmest. Der einzige Grund, weswegen wir über dieses Blut lernen, ist, weil die Bibel voll davon ist. Und es steht oft geschrieben, dass eine Reinigung nur durch das Blut erfolgen kann. Ohne das Opfer Jesu, ohne sein Blutvergießen, gibt es keine Vergebung der Sünden. Deswegen gab es vor Jesus so viele Opfer, so viel Blutvergießen. Gott sagt, du sollst kein Fleisch zusammen mit dem Blut essen. Das war so mächtig, so stark, als Saul die Philister besiegt hatte. Und wir wissen, dass Saul da nicht so richtig mit umgehen konnte. Und so hat er einen Fasten ausgerufen. Die Menschen haben gefastet. Und dann waren sie so hungrig, dass sie die Beute genommen haben, die sie von den Philistern erbeutet hatten. Und sie haben diese Gaben geopfert und haben sie zusammen mit dem Blut gegessen, also während sie noch blutig waren. Und es gab einen großen Aufrohr. Und da heißt es, ihr habt gesündigt gegen den Herrn. Und als zweites sündigst du damit gegen deinen eigenen Tempel. Und das ist furchtbar. Die Menschen waren gelehrt, kein Blut zu essen. Warum? In 1. Mose 9, Vers 3 bis 5 lesen wir, Vor der Sintflut hat Gott uns alles Grüne zu essen gegeben. Und vorher gab es kein Fleisch, was die Menschen essen sollten. Und im Vers 4 Und im Vers 4 heißt nur, das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut also, sollt ihr nicht essen. Man darf das Leben eines Tieres nicht essen, so wie es hier geschrieben. Denn das Leben ist im Blut. Denn damit würdest du ein tierisches Leben in dein göttliches Leben hinein transferieren. Denn unser Blut ist göttlich. Gott selbst hat in unser Blut hineingeatmet. Und es steht ganz exakt so geschrieben, Und hier steht wahrlich, das ist Vers 5, Ich werde euer Lebensblut, eure Seele, werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern. Und von der Hand eines jeden Menschen, von der Hand eines jeden Bruders, werde ich die Seele, das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er die Menschen geschaffen. Kein einziges Tier ist entsprechend dem Bild Gottes geschaffen. Der Humanismus wird euch erklären, dass wir alle von Tieren abstammen und dass wir die Tiere deswegen gut behandeln müssen. Die Menschen spielen verrückt deswegen, aber wir sind keine Tiere. Mit der Liebe zu den Tieren werden sie verrückt. Ich habe gehört, einige Menschen waren so verrückt, dass sie außerhalb des Supermarkts gehen, und eine Frau würde Eier tragen, und sie würde die Eier nehmen, und sie würde sie wegwerfen, und sie würde sie wegwerfen, und sie würde sie wegwerfen, und sie würde sie töten. Die Menschen, die sind so verrückt, ich habe gehört, dass da Menschen waren, die in einem Supermarkt waren, und eine Frau hatte Eier gekauft, sie sind der Frau hinterher gerannt, haben ihr die Eier weggerissen, und sie auf dem Boden zerstört, und gesagt, du bringst damit Leben um, wenn du die Eier isst. Man hört solche Dinge hier und da, weil sie sich gerecht fühlen wollen. Wenn sie demonstrieren, wenn sie marschieren, und Gerichtsverfahren anstrengen, wollen sie sich gerecht fühlen. Sie wissen es nicht besser. Sie haben ein Schuldgefühl. Sie haben das Gefühl, niemand zu sein, aber wenn sie marschieren, dann sind sie jemand. dann machen sie etwas Gerechtes. Ohne Wissen. Und dann gehen sie schlafen, und sind wieder niemand. Bis wieder so ein Knallkopf kommt und sagt, wir müssen mal gegen Schafe oder Führerschafe und gegen Schlachthäuser oder irgendwas demonstrieren. Einfach deswegen, um dieses Gefühl wieder zu haben, jemand Besonderes zu sein. Wer hat von Kenitern schon mal gehört? Dann wisst ihr sicher, dass Zipporah, die erste Frau von Mose, eine Keniterin war. Die Midianiter sind die Nachkommen von Kain. Ihr wisst das. Und Gott hat Mose gesagt, dass er seine Söhne beschneiden soll. Und seine Frau wollte das nicht, sie hat ihm widerstanden. Sie sagte, was soll dieses Blutzeug da? Vergiss das. Und es steht da in 2. Mose 4, dass Gott versuchte, Mose umzubringen, weil er ihm nicht gehorcht hat. So bedeutungsvoll ist für Gott diese Beschneidung. Es ist ein Bund. Ich habe euch gestern erklärt, wenn ein Junge am 8. Tag beschnitten wird, und das Blut nicht gerinnt bei dieser Beschneidung, dann verblutet das Kind und stirbt. Und dann könntest du sagen, das ist aber unbarmherzig. Wie viele Frauen haben eine Fehlgeburt? Die Menschen verlieren ihre Kinder manchmal. Und sie müssen dann diese Ungeborenen begraben. Es gibt nichts, wofür man Gott da beschuldigen könnte. Hiob hat es am allerbesten ausgedrückt, er sagte, der Herr gibt und der Herr nimmt, gesegnet sei der Name des Herrn. Er wurde getestet in der Souveränität Gottes. Und er hat seiner Frau erklärt, sollen wir nur das Gute von Gott nehmen und nicht auch das Andere. Und was sagte seine Frau? Verfluche Gott und stirb. Das ist aber ein schöner Rat. Sie hat nichts verstanden. Und Hiobs Lehre hat bei ihr nicht gegriffen. Genauso wie bei Zipporah. Und aus ihrem Frust heraus, um ihren Mann zu retten, da hat sie einen Stein genommen und hat die Vorhäute ihrer Jungen abgeschnitten. Es ist möglich, dass die Jungen dabei sich zu Tode bluten. Denn das männliche Glied ist das Organ des Mannes, wo am meisten Blut durchfließt. Ich habe euch erzählt, dass Blut eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Göttlichen ist. Und jetzt geht es um die Fortpflanzung des Lebens. Und die Samen kommen aus diesem Organ heraus. Und an dieser Propagation des Lebens muss ein Bund Gottes sein. Damit Gott eine Grundlage hat, auf der er mit uns kommunizieren kann. Sie hat also ihren Söhnen die Vorhäute abgeschnitten und hat sie Mose vor die Füße geworfen. Und sie sagte dann zu ihm, du bist ein Blutsbräutigam für mich. Und so hat Gott Mose in Ruhe gelassen. Und dann sagt sie das noch einmal, nachdem Gott von Mose abgelassen hat, du bist ein Blutsbräutigam für mich. Wegen dieser Beschneidung. Die Kenniter haben keine Ahnung, was Blut bedeutet. Sie kümmern sich auch nicht darum. Deswegen konnten sie rufen, lasst das Blut Jesu über uns und unsere Kinder kommen. Sie hatten keine Ahnung, was sie da gerade gesagt hatten. Sie haben kein ewiges Leben. Und es kümmert sie nicht. Einigen ist es gegeben, anderen nicht. Wir haben also das Unkraut, die Kenniter, wir haben die Saat und wir haben das Feld, die Masse. Und es ist Gott, der einigen es gibt und anderen nicht. Und wer es hat und damit richtig umgeht, der wird mehr davon bekommen. Wenn man einen Samenkorn nimmt, dann kann man davon 300 Samen ernten. Wenn du nichts machst, dann hast du nur diese eine Saat, diese eine Korn. Wenn du dieses eine Samenkorn nicht einpflanzt, nicht bearbeitest, dann bleibst du fruchtlos. Wir sind der Leib Christi. Und Jesus heißt das Brot des Lebens. Was macht das aus dir? Auch Brot des Lebens. Jesus ist der erstgeborene Sohn Gottes. Und er hat den geistlichen Mutterschoß geöffnet und genauso auch den irdischen Mutterschoß auf der Erde. Was macht das aus uns? Seine Brüder und Schwestern. So repräsentieren wir ihn auf der Erde. Das ist eine Ehre. Kenieter verstehen davon nichts. Für die ist das alles seltsames Gerede. Sie können da sitzen und ewig zuhören und verstehen nichts. Sie haben eine inwendige Rebellion gegen solche Dinge. Ich weiß das, das ist eine Tatsache, weil ich viele Menschen getroffen habe, die so sind. Selbst mein eigener Bruder ist so. Mein Bruder weiß nicht mal, was ein Traum ist. Der hatte noch nie einen. Und als meine Eltern einmal über Träume sprachen, sagte er, was ist denn das ein Traum? Schwebt dir da irgendwas vor den Augen? Er ist geistlich tot. Und Jesus hat überlebt nur deswegen, weil Josef einen Traum hatte, in dem jemand ihm sagte, dass er das kleine Kind und die Mutter mit nach Ägypten nehmen soll. Ich hatte so viele Träume, die mich gewarnt haben, irgendwo hinzugehen oder lieber nicht zu gehen. Wenn irgendjemand etwas gegen mich plant, dann zeigt Gott mir das in einem Traum. Das ist ein geistlicher Mensch. Mein älterer Bruder ist gestorben inzwischen. Und ich könnte jetzt sagen, er wird nicht auferstehen von den Toten oder wenn er aufersteht, dann wird er zur Vernichtung auferstehen. Aber auf der anderen Seite sind die Erbarmungen Gottes ohne Ende, ewig. Was weiß ich jetzt? Ich weiß nur, dass Gott überaus barmherzig ist. Und deswegen überlasse ich es ihm. Und deswegen richte ich nicht. Ich rame niemanden in ein Bild ein und hänge ihn an die Wand, festgenagelt. Denn du kannst heute ein Mörder sein und dann kannst du Buße tun, dich völlig verwandeln und zu einem Heiligen werden. Das ist das Erbarmung Gottes. Wir müssen diese Dinge lernen, um niemals zu beurteilen, um niemanden in einem Rahmen zu verlegen. Das müssen wir lernen, dass wir niemals jemanden richten, niemals jemanden festlegen. Deswegen lesen wir in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt also auch, so sehr hat Gott das Feld geliebt. Das ist die Welt, das Feld. Dass er seinen einzigartigen, besonderen, erstgeborenen Sohn gegeben hat. Dass wer auch immer an ihn glaubt, wer auch immer. Nicht die ganze Welt. Einigen ist es gegeben, anderen nicht. Wie gesegnet seid ihr. Es ist dir gegeben. Und mir ist es auch gegeben. Wir leben mit dieser Extra-Dimension, die Unendlichkeit heißt, sogar Unsterblichkeit. Wow. Kenieder haben das nicht. Und, da wir in ihrem Herrschaftsbereich sind, zum Teil in ihren Schuhen laufen, haben wir eine Menge von ihnen uns abgeschaut und nachgemacht. Wir haben sehr viel Respekt für das Physische. Große Fabrik. Garbage. Müll. Aber es ist eine Fabrik. Wenn du anfängst, diese Industrie anzubieten, diese Geschäftsführer, die ein eigenes Flugzeug haben und Wolkenkratzer in New York besitzen, dann wirst du von Fleisch und Blut beeinflusst. Und dann wirst du dein Gleichgewicht stören. Und dann wirst du ganz langsam diese unendliche Perspektive verlieren. Denn du betest dann etwas an, was vergänglich ist und irgendwann zu stark wird. Große Firma. Viel Gold. Du musst eine andere Dimension haben. Die Pharaonen, die hatten Gold, soweit konnte man gar nicht schauen. Und sie sagten, das Gold, das brauchen wir, das nehmen wir mit in die Ewigkeit und deswegen wurde es ihnen mit ins Grab gelegt. Und dann wurden die Gräber ausgeraubt. Sie haben es nicht geschafft, es mitzunehmen. Aber ihre physische Abhängigkeit von diesen Dingen war so stark, Jesus wurde darin geprüft. Alles, was du tun musst, ist einfach dich vor mir niederbeugen. Das hat der Teufel zu ihm gesagt. Der Kenite. Er hat ihn auf die Zinne des Tempels mitgenommen. Und erst dann sagte er, spring hinunter. Wenn du der Sohn Gottes bist. Denn da steht im Psalm 91, dass die Engel dich dann tragen werden. Das ist eine Prüfung, eine Versuchung. All das, was der Kaiser hat, all diese Gebäude, all diese Armeen, all das, was die römische Welt beinhaltete, das gebe ich dir. Alles, was du tun musst, ist, vor mir niederknien, deine Knie beugen. Das ist alles, was ich brauche. Aber ich würde das nie tun. Auch mir wurden solche Dinge angeboten. Ich wurde auf die gleiche Weise geprüft. Ich habe eine ewige Perspektive. Hast du auch eine ewige Perspektive? Du darfst sie niemals zerstören. Du musst sie immer lebendig halten. Denn du kannst dann überall diese Wolkenkratzer hinweglaufen. Denn du bist dann überall diesen Geschäftsführern und gewaltigen Leuten. Ich war in Asuncion bei einem Multimilliardär. Er hat in einem Palast gewohnt. Er hat mir sein altes Haus gegeben. Was soll ich jetzt machen? Ich sagte, wir wollen eine Evangelisation machen. Dazu brauche ich die besten Sänger im Land. Einen Bus. Und Arbeiter. Eine große Bühne, Lichter, Fernsehen, Radio. Das hat er alles gemacht. Und er sagte, ich liebe das jüdische Volk. Er war selbst kein Jude. Aber er hat eine Menge goldene Kettenumhängen gehabt. Und unter anderem einen ganz großen Stern Davids. Und wenn ich irgendein Geschäft abschließen will, dann fasse ich vorher an diesen Stern und frage, soll ich es tun oder nicht. Und ich bekomme immer die richtige Antwort. Und er ist gesegnet. Und wieder gesegnet. Aber mehr hat er nicht. Und er sagt zu mir, irgendwas fehlt mir noch. Und er fragte, kannst du für mich beten, damit ich den Heiligen Geist bekomme? Natürlich. Da sagte er, okay, dann gehen wir in meine Kapelle. Er hatte seine eigene kleine Kirche da auf seinem Grundstück. Nur für sich selbst. Wir gingen also in seine Kirche. Ich habe ihn ein wenig gelehrt. Ihm die Hände aufgelegt. Und er hat angefangen, in Zungen zu reden. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. So wie zu Pfingsten. Das war ganz einfach. Er ist also ein Milliardär, der zur Saat gehört. Und er hatte einen richtigen Fokus. Er sagte, ich liebe das alles nicht. Er liebt nicht den Palast, in dem er wohnt. Er sagt, ich liebe den Herrn. Und das macht Spaß. Nicht so ernst. All die physischen Dinge, die sind zu unserem Spaß da. Es sind unsere Spielzeuge. Wenn du hier weggehst und dich an ein Wasser erinnern kannst, dann solltest du dir merken, alle physischen Dinge, einschließlich des Geldes, sind Spielzeuge, die dir dein Vater gegeben hat. Er möchte, dass du damit spielst. Lies die Bibel, da steht viel über die Verwalter. Was der Prophet Nathan zu David sagte, Gott sagte zu ihm, ich habe dir Paläste gegeben, ich habe dir Geld gegeben, ich habe dir mehr Frauen gegeben, als du jemals brauchst. Du hast so viel, womit du spielen kannst. Warum musst du ausgerechnet mit der Frau eines anderen Mannes spielen? Das ist Sünde. Es gibt da Grenzen und Gesetze, die da sind, um den Frieden zu bewahren. Das Gesetz ist nicht gegen uns, sondern für unseren Frieden da. Und es ist egal, ob du nur einen Euro oder Schweizer Franken hast oder eine Milliarde davon, es sind einfach Lego-Teilchen. Und wenn du gut damit spielen kannst, dann mach das. Das ist nicht meine Berufung, ich bete das nicht an. Manchmal ist das ja schwierig. Man muss da viele Risiken eingehen. Ich lebe lieber aus Gnade. Aber auch das ist voller Risiken. Denn Gott muss da die Herzen der Menschen berühren. Und ich kenne das, als die Herzen der Menschen verschlossen waren und ich auf der Straße lag. Ich hatte nicht einen Cent auf dem Konto und nicht einen Cent in der Tasche. und nichts für die Zukunft. Ich habe alles verloren. Und da hat Gott mir meine Frau geschickt. Den größten Schatz in der Welt, den ich habe. Aber ich habe Erfolg. Gott wollte, dass ich ganz unten bin. Emma ist Zeugin dafür. Sie ist durch so viel gegangen mit mir. Denn wenn Gott mit dir ist, wenn er wirklich mit dir ist, nicht irgendein eingebildeter Gott, und du ihm vertraust, dann hast du ein Genie in dir. Und dieses Geniale, das kann in jedem Bereich deines Lebens hervorgebracht werden. Das reicht jetzt für diesen Teil. Wir gehen zum nächsten. Engel sind blutleer. Engel sind blutleer. Sie haben kein Blut. Deswegen müssen sie das Blut sehen. Sie verstehen Blut nicht. Die Beziehung, die Gott hat, die ist mit den Wesen, die Blut haben wie Adam, der hatte Damm, das Blut. Denn wir haben gerade gelesen, das Bild Gottes, das ist in unserem Blut, dort wo das Leben ist. Und jetzt verstehe ich, das ist für mich auch neu, dass Gott, wenn er spricht, er spricht durch mein Blut. So wichtig ist dein Blut. Ich treffe Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was durch mein Blut fließt. Engel kann jedem Engel eine beliebige Funktion zuweisen, so wie er aus jedem Engel einen Zerstörer machen kann. Engel sind Winde, Geister und Flammen. Sie sind körperlos. Aber sie können so erscheinen, als ob sie einen Körper haben. Und dann gibt es Berichte in der Bibel von Engeln, die gegessen haben und Engeln, die nicht gegessen haben. Die Engel, die gegessen haben und die man physisch anfassen konnte, das waren Überwinder. Sie sind veränderlich. So wie Henoch und Melchisedek oder Philippus. Diese Beispiele gibt es in der Bibel. Und die Engel, die nichts gegessen haben, die können in ein Feuer hineingehen und das Feuer verbrennt sie nicht. Das findet wir im Buch der Richter, die Begebenheit, als Manoach und seine Frau Besuch von einem Engel hatten, da als Samson geboren wurde. Der Engel des Herrn ging in die Flammen des Opfers hinein, das sie Gott geopfert hatten. Wir werden wie Engel sein, nach der Auferstehung oder Verwandlung. Das Feuer kann uns dann nichts mehr anhaben. Auch kein Höllenfeuer. Und hier könnten wir wieder eine stundenlange Lehre anschließen, aber dazu gibt es da hinten Bücher. Du solltest den Herrn bitten, dass er dir das Vermögen gibt, das alles zu verstehen und zu bewahren. Denn wenn ich etwas sage, dann sollte es bei dir klick machen. Das bedeutet, es ist ein Paragraph und es ist ein langes Subparagraph für ein Unterparagraph. Das ist wie ein Paragraph und darunter sind ganz viele Unterparagraphen, die man alle wissen muss. Es gibt keine Abkürzung, was du erkennen kannst in einem Augenblick durch den Heiligen Geist. Das muss man anderen stundenlang erklären. Wenn du bereit bist zu lernen, wenn du das verstanden und gelernt hast, dann ist das alles ganz schnell. In einem Augenblick ist es da. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dich zu erinnern, deinen Verstand zu schärfen, deinen IQ zu erhöhen, bis dahin, bis dahin, dass du die Zukunft kennst. Dann brauchst du keinem Propheten mehr zu folgen. Du weißt es selbst. Du weißt, was kommen wird. Du brauchst dann nicht mehr blind irgendeinem Propheten zu folgen, obwohl sie das wollen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und Gott hat einen Engel bestimmt dazu, ein Zerstörer zu sein. Und er nennt ihn auch Zerstörer. Und er sagte zu diesem Engel, wenn du das Blut siehst an den Türpfosten, dann geh vorbei. Geh zur nächsten Tür. Die Engel haben kein Ansehen der Person. Ob die Juden oder Ägypten waren dort, wenn die Ägypter das gleiche gemacht hätten, dann wäre der Zerstörer auch an ihren Türen vorbeigelaufen. Der Zerstörer heißt Abaddon, Im Griechischen wird dieser Abaddon Apuleon genannt. Im Hebräischen heißt Abaddon Ort der Zerstörung. Und im Griechischen ist es ein Engel der Zerstörung. Und das ist überall so. Die Griechen haben etwas personifiziert, was nur ein Ort war. Weil sie von diesen ganzen eingebildeten Göttergestalten so fasziniert waren. Hebräer 9, Vers 19 bis 22. Ich werde euch das vorlesen. Entsprechend des Gesetzes nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop. Ihr könnt die Verbindung herausbringen, der Isop-Stab, das Blut aus der Seite von Jesus. Und er besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Und er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Und er besprengte genauso auch die Stiftshütte und alle Gefäße des Dienstes mit dem Blut. Also war alles mit Blut bedeckt. Und entsprechend des Gesetzes könnte man fast sagen, alle Dinge werden gereinigt mit Blut. Und ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung. Auf unserer Seite, auf der irdischen Seite wird alles mit Blut beschmiert, das dann trocken wird, braun aussieht und nicht mehr schön ist. Es schaut dann schmutzig aus. Und das ist das, was wir sehen sollen, unseren Schmutz. Auf Gottes Seite aber ist alles klar. Das ist das Geheimnis des Blutes. In 1. John 1, Vers 7, in 1. Johannes 1, 7, wenn wir ein altes Testament haben, dann müssen wir auch etwas aus dem Neuen bringen. Denn der Hebräerbrief ist zitiert aus dem Alten Testament. Eine Bedingung, falls wir im Licht wandeln, so wie der, der am Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, in dem gleichen Licht haben wir Gemeinschaft. Und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt uns von allen Sünden. Wenn du dich entschließt, im Licht zu wandeln, und das ist eine Entscheidung, dann wäscht das Blut Jesu dich automatisch und deine Sünden sind für Gott nicht mehr sichtbar. So funktioniert das. Deswegen steht geschrieben, dass wir an himmlische Orte mit Christus versetzt sind, aber nur dann, wenn wir im Licht gehen. Im Licht der Wahrheit, nicht in der Finsternis der Lüge. Das Licht ist das Gegenteil von der Finsternis, von der Lüge. Johannes 17, 17 sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn du etwas tun willst, dann tauscht die Worte aus. Ermutigt einander. Sagt einander, wie sehr ihr den anderen liebt. Schämt euch nicht, das zu sagen. Macht jemanden glücklich, lasst ein Lächeln auf dem Gesicht erscheinen. Ermutigt sie, gebt ihnen ein Buch, eine CD, tut etwas. Das ist das Licht hervorbringen, genauso wie man gehen muss, um den Lichtschalter einzuschalten. Und das ist nicht billig, denn du musst dann für die Elektrizität bezahlen. Das ist etwas tun. Und dann bringt es deine Früchte hervor. Und du kannst dem Licht gehen. Ohne, dass du etwas bezahlst, ohne, dass du etwas tust, hast du kein Licht, kannst du niemandem etwas geben. Dann ist dein Glaube tot. Dann bist du vielleicht ein großer griechischer Philosoph, aber tot. Versteht ihr das? Und genau das hat die griechische Mentalität der Kirche angetan. Hört es und glaubt es im Kopf und sag Amen. und dann hörst du noch mehr, glaubst es, sagst Amen dazu. Und dann schwillt dein Kopf an, wird immer größer und du sagst, ich kenne Gott, ich kenne Gott, obwohl du gar nichts weißt. Du kannst ihn nur im Licht erkennen, dann, wenn du etwas tust. Als er mir sagte, geh nach Russland zum Bibelschmuggeln, sagte ich, jawohl. Er gibt mir einen Traum und in dem Traum sagte er mir, dass ich eingesperrt und ins Gefängnis geworfen werde. und ich bin schwitzend aufgewacht. Danke Herr für diese Warnung, dass ich jetzt nicht gehen muss. Und dann ich habe ja den Traum schon, ich werde den Herrn nochmal fragen, das macht ja nichts. Herr, soll ich gehen? Oder nicht gehen? Und der Herr sagt, geh. Was? Ich werde eingesperrt ins Gefängnis geworfen. Ich werde gedemütigt. Ja, das wird alles passieren. Aber ich habe einen Engel dazu bestimmen, der dich aus diesem Gefängnis herausholen soll. Oh, ein Engel. Oh, ein Engel. Vom Gefängnis befreien. Vom Gefängnis befreien. Vom Gefängnis befreien. So wie Petrus. Yes. So, bleibe ich jetzt ein griechischer Philosoph oder werde ich ein Täter des Wortes. James 1, 22. Jakob 1, 22. Sei Täter des Wortes, nicht nur Hörer, die sich damit selbst betrügen, sich selbst belügen. Ach, das haben wir doch schon tausend Mal in der Kirche gehört. Aber trotzdem wollen wir nichts damit zu tun haben und nicht weitergehen und so verlieren wir es. Wenn wir zur ersten Versammlung herkommen, dann gibt es diese hohen Mauern. Und das Wort Gottes muss auch ein Hammer sein, der diese Wände einstürzen lässt. Wir müssen die Menschen dann immer ein wenig aufwehren und aufrütteln. Das ist hier nicht notwendig. Ich habe andere Menschen gemeint. Irgendwo in der Welt da draußen. Also ging ich. Ich bin also gegangen. Zuvor war ich aus der Armee ausgerissen. Ich wusste also, sie verfolgen mich, sie suchen mich. Und dann haben sie mich dort eingesperrt. Sie haben alles untersucht. Sie haben Fotos von mir gemacht. Sie haben mich gedemütigt, in ein eiskaltes Gefängnis gesperrt und am nächsten Tag kam der Engel des Herrn und jetzt stehe ich hier. Und ich kann euch sagen, ich habe ein Zeugnis. Es ist wirklich etwas passiert. Deswegen kann ich hier stehen. Gott hat mich oft herausgefordert, etwas zu tun. Er sagte, geh nach Äthiopien. Und ich fragte, Herr, wie kannst du Brot vervielfältigen? Was ist das Gesetz? Er hat mir dieses Gesetz offenbart. Und ich war in der Mitte solcher Skelette, die unbedingt etwas zu essen brauchten. Und ich hatte nur einen Halver aus Israel mit. Kennt ihr dieses Halver, diese Riegel? Dieses Halver ist ein kleiner Riegel aus Sesam und Zucker und ich habe es zerschnitten und habe es gesegnet und habe es ausgeteilt und 300 Menschen haben von diesem Riegel gegessen. Und sie haben gekaut und gekaut und sie haben es mir dann wieder zurückgegeben und dann war von dem, was ich ausgeteilt hatte, noch die Hälfte übrig. Und ich habe es dann weitergegeben und gesagt, ihr könnt noch was essen. Nein, wir sind satt. Gott hat es in ihren Mündern und in ihrem Bauch vervielfältigt und ich habe es gesehen. Wir waren in einem Lager von 17.000 Skeletten sie waren so schwach, dass sie kaum noch etwas in ihren Mund hineinstecken konnten. Und der Geist Gottes kam und sie haben angefangen zu lachen. 17.000 Menschen haben angefangen zu lachen, ein ganzes Lager. Der Geist des Lachens kam über das ganze Lager. Wir haben das in einem Rundbrief geschrieben und ein Deutscher hat mir zurückgeschrieben, wie konntest du diese Menschen dort auslachen? Er hat gedacht, wir hätten sie ausgelacht. Vielleicht war es falsch übersetzt. Aber die Menschen kennen das übernatürliche Lachen nicht. Wisst ihr, was die Fülle der Freude ist? Das ist vollkommene Freude. Übernatürliche Freude. Irgendetwas, was man nicht für sich behalten kann, was dich einfach überwältigt. Krieg tötet, Frieden heilt. Im Englischen reimt sich das besser. Und das ist das Geheimnis des Sterbens. die lebenserhaltende Kraft ist der Frieden, immer. Und Gott wird dich vollkommen im Frieden erhalten, solange dein Denken auf ihn gerichtet ist. Das ist ein übernatürlicher Frieden, der herunterkommt, da geht in dich hinein, denn der Himmel ist unter uns, erst mit uns unter uns. Es ist der heilende, gesunde, Frieden, der Leben bringt. Denn wir haben vom Baum der Erkenntnis des Negativen und Positiven gegessen. Also habt keine Angst davor, das Negative anzuschauen, denn durch das Gegenteil lernt ihr, was positiv ist. Der Tod wird dadurch hervorgerufen, dass etwas still steht, alles was etwas beendet, unterbricht oder sich einmischt, sich in das Leben einmischt, all das bringt Tod. Und wenn wir zu viele dieser Stolpersteine oder Widerstände haben, dann haben wir zu viel Tod in uns, dann müssen wir Friedenmacher werden, um all diese festgebundenen Dinge wieder lösen zu können. Deswegen sagte Jesus, ich gebe euch die Macht zu binden und zu lösen. Sünden zu behalten und Sünden zu vergeben. Erlauben und verbieten. Wir haben diese Kraft. Jesus hat uns das gegeben. Wenn du andere Menschen bindest, dann tust du damit Hexerei, Zauberei. Dann missbrauchst du die Macht Gottes. Du sagst, ich habe sie doch von Jesus empfangen. Aber Binden ist niemals von Gott. Hexerei kommt nicht von Satan, Hexerei machen wir indem wir die Kraft Gottes falsch benutzen. Und dafür werden wir gerichtet. Macht das Sinn? Es ist die Bibel. Aber die Menschen haben das verbogen und verdreht und sie wollen die Wahrheit nicht lernen. Und sie wollen die Wahrheit nicht lernen. Und sie können euch wirklich die tiefen Dinge Gottes lehren. Denn wenn ihr die tiefen Dinge Gottes hören würdet, dann würde euch das wegblasen. Und manche von euch würden mich als falschen Propheten oder sogar als Antichrist bezeichnen, weil es zu tief ist. Und das ist die Jakobsleiter. Wir kommen langsam eine Sprosse nach der anderen nach oben. Wir beginnen mit Selbstdisziplin und dann kommen die neun Früchte des Heiligen Geistes. Und das oberste ist die vollkommene Liebe, die alle Furcht austreiben. Genauso wie das bei den Zehn Geboten ist, du sollst nicht begehren, du sollst nicht lügen, nicht stehlen, kein Ehebruch betreiben, deine Eltern ehren, den Schabbat ehren und dann ist das letzte, ich bin der Herr, dein Gott. Dann bist du eins mit ihm. Aber du fängst mit dem untersten an. Das ist die Jakobsleiter. Wenn wir euch das lehren würden, was da oben ist, dann wäre das zu viel. Und viele ziehen dann ihre Schlussfolgerungen und sie haben Angst und deswegen sind sie misstrauisch. Hast du Furcht? Ihr kennt mich schon so lange. Hat sich dein Leben verändert? Dein Denken geändert? Haben Menschen Angst vor dir? Ja. Das ist so wie kleine Kinder irgendwo auf der Straße in einen Rinnsaal mit den Füßen herumspielen und ihnen genügt das. Aber andere gehen in einen See der tief ist und die schwimmen darin das ist ein großer Unterschied. So wie Hezekiel ihr kennt diese Geschichte mit den Wasser die aus dem Tempel kommen auf der letzten Ebene war er nicht mehr selbst in Kontrolle sondern Gott hat ihn übernommen er hatte nicht mal Zeit Angst zu haben das war zu spät dazu wenn du von Gott übernommen wirst dann ist das etwas wunderbares und bis dahin gibt es diese Befürchtungen ist das falsch oder richtig folge ich etwas Falschem aus diesem Grund sagte ich glaubt nicht glaubt nicht hört auf zu glauben studiert so ist es einfacher ich bitte euch nicht mich zu verschlucken blind dass ihr an mich glaubt glaubt nicht an mich glaubt an den der mich gesandt hat und wenn ihr durch diese Botschaft durch dieses Gefäß ihn findet dann freut mich das und wenn du Jesus findest dann wirst du nicht Jesus finden sondern den Vater der ihn gesandt hat und dann an dieser Stelle wirst du nicht mehr glauben sondern wissen you missed a great time to clap your hands blood in peace offerings even blood had to be used to make peace offerings with God you can read it in 2nd king 16 verse 13 it was the father's good pleasure for all the fullness to dwell in him and through him to reconcile all things to himself having made peace through the blood of his cross that's Colossians 1 verses 19 until 20 Colosser 1 Vers 19 und 20 denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel es war das Wohlgefallen des Vaters der Vater stand da und sagte okay okay ich werde wieder vereinigt sein mit meinen Kindern ich kann es kaum erwarten wieder eins mit ihnen zu sein ich kann es nicht erwarten wieder Gemeinschaft mit ihnen zu haben aber es muss eine Grundlage dafür geben denn er ist heilig durch seinen Erstgeborenen wollte er alle Dinge wieder herstellen für sich indem er Frieden schafft wir hatten bis dahin keinen Frieden mit Gott Jesus kam um Frieden zu schaffen zwischen dir und Gott und selbst dieses Blut was in Gewalt verschüttet wurde am Kreuz das bringt Frieden es war das ultimative endgültige Opfer weil es heißt ein für allemal nie wieder deswegen war es so grausam diesen Frieden zu bringen zwischen Gott und seinen Kindern Johannes 3 16 so hat Gott die Welt geliebt das Feld geliebt dass wer auch immer an ihn glauben würde ihn als wahr annehmen würde den Messias den Erlöser den Retter der wird nicht vergehen sondern ewiges Leben haben so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen Sohn gab der an die Welt ging und den Schatz ausgegraben hat und wer der Schatz ist der wird nie vergehen sondern ewiges Leben haben und wir sind dieser Schatz und jetzt möchte er uns seine Wege lehren das beginnt mit dem Blut das Blut Jesu bringt Frieden und in diesem Frieden können wir die Wege Gottes lernen seine Sensibilität seine Rechtschaffenheit sein Charakter seine Seele wir haben schon so viel gelernt und dann kannst du mich anrufen und ich bin da ich bin hier dein Vater Jesus sagte wir beide mein Vater und ich wir werden kommen und in dir persönlich wohnen und wir werden ein Fest feiern zusammen ich erlebe das das ist mein Zeugnis wir reden und lachen und haben ein Fest miteinander und weinen auch große Tränen und schmelzen wie Butter in der Pfanne und das ist wunderbar und man sollte das nicht zu oft machen dieses Anrufen weil das etwas ganz Spezielles Besonderes ist ich weiß ihr wollt ständig auf Wolke 7 schweben aber das ist nicht sehr praktisch weil deine Füße ja immer noch auf der Erde sind aber irgendwann wirst du auf dieser Wolke 7 sitzen wenn du überwunden hast wenn dein Blut siegreich geworden ist das ist das gleiche dann was mit Jesu Blut bei der Auferstehung geschehen ist das wird auch mit dir passieren dann wird Licht sein ein blendend helles Licht das ist bereits in unserem Blut deswegen hatten wir diese zwei Abende wo es um das physische Blut ging die Metalle darin die sind genau zu diesem Zweck da ich habe gesagt wir müssen eine Menge wieder ungeschehen machen das jüdische und auch das heidnische Blut wurde mit dem Hellenismus verschmutzt die schlimmste Zeit in der Geschichte der Menschheit vor allen Dingen für die Juden war die Zeit der Hellenisierung die über 600 Jahre andauerte fast alle der Pharisäer die das pharisäische Denken formuliert haben waren überhaupt keine Juden sondern Proselyten sie hatten ihre eigene griechische Philosophie die sie in den Judäismus eingewekelt haben obwohl das nicht mal Judäismus war darüber könnten wir lange reden wir müssen das jetzt wieder alles klären wobei die Juden bis zu einem gewissen Teil davon schon bereinigt sind deswegen können wir das heutige Verständnis von Gott und Satan bringen die Juden waren lediglich 70 Jahre in Babylon sie haben sich etwas von Zoroaster abgeschaut aber sie waren 600 Jahre unter griechischem Einfluss und sie haben fast ihre jüdischen Gene verloren und wir reinigen uns Jesus kam und sagte in Johannes 4,22 zu der samaritischen Frau die Erlösung kommt von den Juden und diese Erlösung wird sich durch die ganze Welt verbreiten was hat er dazu ihr gesagt? das sind die kostbarsten Worte in der Welt die samaritische Frau sagt die samaritische Frau sagt ihr Juden, ihr betet euren Gott auf dem Berg Moriah in Jerusalem ein und wir Samaritans auf dem Berg Samaria und wir beten unseren Gott in den samaritischen Bergen ein die Moslems sagen wir gehen nach Mekka und jede Denomination hat ihre eigenen Orte aber es ist eine Tatsache dass Jesus zu ihr sagte meine liebe, liebe Frau ich bin mir ganz sicher dass er das zugesagt hat was du sagst, das ist so schön aber ich sage dir es wird eine Stunde kommen und es ist fast da dass die wahren Anbeter die werden weder nach Jerusalem noch in eure Berge noch nach Mekka gehen sondern sie werden Gott geistlich in ihren eigenen Tempeln anbieten entsprechend der Wahrheit die ihnen gegeben ist also im Heiligen Geist im Geist der Wahrheit in dir nicht mehr da oder dort deswegen musste es über die ganze Welt verteilt werden und man sieht das in den katholischen und auch in den lutherischen Kirchen dass Jesus immer noch am Kreuz hängt und er ist der christliche Gott aber wenigstens haben sie dadurch auch die Bibel und der Schatz kann dann durch die Bibel oder in der Bibel herausfinden wer er ist nur der Schatz der Rest ist eine religiöse Masse sie machen einfach ihre Sakramente ohne Lehre und obwohl es Wunder gibt denn Gott liebt alle Menschen und er ist allen Menschen barmherzig besonders gegenüber den Blinden er möchte dich heilen aber wenn du einmal geheilt bist brauchst du wieder Heilung sie sagen ich bin geheilt und jetzt hat mir die Heilige Maria erklärt ich muss dieses Sakrament tun und so müssen wir ständig zu der Heiligen Messe gehen und diese Sakramente nehmen weil ich geheilt wurde und andere sagen wir würden gern mehr Wunder sehen also müssen wir mehr kranke Menschen finden um ihr Interesse zu befriedigen sie wollen immer Zeichen und Wunder sehen daher brauchen wir jede Menge Kranke stellt euch mal vor wenn jeder geheilt wäre dann zeig mir mal noch ein paar mehr Kranke weil ich will das Wunder nochmal sehen dann sagt die Kirche mehr Sakramente versteht ihr wo ich hin will? das ergibt einfach keinen Sinn da gibt es keine Vorwärtsbewegung kein geistliches Wachstum was bedeutet das dann dass du eine Marienerscheinung hattest? ich habe Maria auch gesehen wir waren in einer kleinen Stadt die heißt Zelow dort hat meine Familie gewohnt und über die Straße war eine katholische Kirche wir wollten gerade ins Haus gehen in unser Haus gehen und da kam ein Stern wie ein Saturn oder so über mich und er wurde größer und größer was ich sah war eine Frau mit einem Schleier und einem Rosenkranz und sie ist über mich hinweg geflogen und weiter geflogen sollte ich deswegen ein Heiliger sein? was bedeutet das? das heißt es ist nicht falsch daran so etwas zu sehen wenn du diesen Kontrabass jeden Sonntag bestaunst und du fängst an zu beten dann wirst du Visionen vom Kontrabass haben das ist so das ist die Psychologie aber selbst wenn du das machst dann nimm diesen Kontrabass wenigstens und spiel darauf wenn du das kannst es muss irgendwas dabei herauskommen denn wir werden an unseren Früchten erkannt nicht an unseren Visionen wenn du jetzt sagst wir wollen nur diesen Jesus der zum Glück am Kreuz hängt und nicht diese dreckigen Juden die ihn umgebracht haben dann steht da ein großes Fragezeichen über deine Errettung denn die Erlösung kommt von den Juden und Jesus war Jude was trägt er? nicht nur das Neue Testament denn das Neue Testament sind größtenteils Auszüge aus dem Alten Testament je weiter wir in der Zeit zurückgehen desto näher kommen wir der Wahrheit denn zwischen der alten Zeit und heute ist eine lange Zeit da Verschmutzung gewesen wie die Hellenisierung und heutzutage müssen wir das ungeschehen machen was machen wir? wir reinigen die Kraft der Erlösung damit wir das Blut Jesu verstehen was das für uns bewirkt und wie Gott der Vater sich dabei fühlt er hat nur Gefallen an uns wenn wir etwas tun Johannes 10 Vers 16 und 17 Johannes 10 Vers 16 und 17 Jesus sagt da ich habe ein Gebot vom Vater empfangen der Vater hat nicht seinen Sohn umgebracht der Sohn sagt niemand kann mir mein Leben wegnehmen ich lege es nieder aber ich habe ein Gebot empfangen und ich gefalle dem Vater weil ich ihm gehorche jederzeit ich mache es ich philosophiere nicht darum und denke darüber nach und gehe in eine Versammlung sondern ich mache es ich habe also ein Gebot empfangen und es ist meine Entscheidung ob ich das mache oder nicht deswegen lege ich aus eigenem Willen mein Leben nieder und er hat diese ganzen Dinge arrangiert und organisiert zum Beispiel hat er zu Judas gesagt indem er ihm das Brot gab was du tun musst das tu schnell er hat dabei an dich und mich gedacht wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre würden wir über die Liebe Gottes nichts wissen denn so hat Gott die Welt geliebt und er liebt seine Söhne und Töchter seinen Schatz ich werde euch eine lange Zeit lang nicht mehr quälen wenn ihr euch weiter stören lassen wollt dann könnt ihr eine CD nehmen und könnt euch selbst stören 1. Johannes 3 Vers 2 und 3 1. Johannes 3 Vers 2 und 3 und hier geht es um die Liebe Gottes Geliebte wir sind jetzt Kinder Gottes wir waren das schon immer aber wir wussten es nicht aber jetzt wissen wir es bist du davon überzeugt dass du ein Kind Gottes bist ich bin es und das ist wunderbar und es ist noch nicht offenbar geworden was wir sein werden wir sind auf dem Weg zu etwas wunderbarem wir wissen dass wenn er Jesus offenbar werden wird und jetzt sollte etwas klick machen es gibt die ersten Früchte und die letzten Früchte das habe ich in Österreich gesagt die ersten Früchte sind die generelle Auferstehung das ist das Leben nach der Versöhnung es ist also noch nicht offenbar was werden wird aber wir werden ihm gleich sein wie können wir wie Jesus sein wollen wir so sein wie Jesus vor dem Kreuz oder wie nach dem Kreuz ganz logisch wenn er erscheinen wird werden wir ihm gleich sein denn wir werden ihn sehen wie er ist verherrlicht der Auferstandene Messias und jeder der diese Hoffnung auf ihn hat reinigt sich selbst mach etwas ihr wurdet gelehrt alles was ihr tun müsst ist darüber nachdenken ich gebe dir hier ein Stück Schokolade du kannst darüber nachdenken wie schön das ist wie gut das schmeckt aber denk nur darüber nach das ist Schweizer Schokolade von einer guten Schweizer Kuh möchtest du etwas? nein, nein du kannst das nicht essen du kannst nur darüber nachdenken und es glauben es ist einfach dumm es ist einfach dumm wir müssen das aufgeben und je schneller du das machst wirst du in Richtung Herrlichkeit gehen und jeder der diese Hoffnung auf ihn hat reinigt sich selbst gleich wie er rein ist und das macht glückliches Blut es ist dein Blut und es ist dein Leben und du weißt was du machen musst Glücklich sein ist ein Gefühl der Gesundheit dass man vibriert dass man gut mit sich steht und dass man über alles jubilieren kann vollkommene Freude 1. Chronik 29, 9 und die Menschen haben sich gefreut weil sie willig geopfert haben denn sie haben von ganzem Herzen dem Herrn geopfert und auch König David hat sich sehr gefreut erst hatten wir das Alte Testament jetzt kommt Neues Testament 2. Korinther 9, 7 2. Korinther 9, 7 Jeder muss so tun wie er es in seinem Herzen hat nicht mit Verdruss oder Zwang denn Gott liebt nur einen fröhlichen Geber ein glückliches Blut bedeutet glückliches Leben Johannes 15, 11 dies habe ich zu euch gesagt damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei vollkommene Freude wenn du die Fülle der Freude hast dann hast du das Wesen der wirklichen Freude der himmlischen Freude ich habe euch diese zwei Beispiele gegeben aus der Chronik und aus dem Korintherbrief denn es sind verschiedene Wege wie man Freude hervorbringen kann wir denken dass etwas Nehmen Freude bringt empfangen bedeutet Freude aber geben bringt noch mehr Freude größere Freude und es geht dabei nicht nur um Geld vergesst mal das Geld sondern lächelt einander an schaut euch mal einander an und lächelt seht ihr was passiert du lächelst dann nicht nur du fängst an zu lachen oder mach mal so segne dich das ist etwas tun etwas geben und das kommt aus der vollkommenen Freude etwas Altes abgeben und etwas Neues Frisches tun und das bringt Freude so lange bis die Freude vollkommen und perfekt wird und das beschließt die sechs Tage Lehre über das Blut was denkst du erzähl mir mal was denkt ihr es hat mir das physische und das geistliche zusammengebracht es habe ich nur noch eins genau und mir hat es gezeigt dass alles an mir liegt wir sind die Meister unseres Lebens so wie Gott das zu Cain gesagt hat und wir kennen diesen Vers Jesus sagte zu wem das Wort Gottes kam die nennt er Götter Jesus kam von Gott und wir sind seine Geschwister es gibt fünf Komponenten Gott der Vater der Sohn der Heilige Geist die Engel und wir das ist Fünffältigkeit wir haben nur die Dreifältigkeit aber Gott möchte dass wir fünf haben weil fünf Gnade bedeutet